Hallom ihr Goiz Pläner, die Jüdinnen und Juden erklären wollen, was Antisemitismus ist. Ehrlich gesagt, als Jüdin habe ich ziemlich die Nase voll davon, wenn mir Leute, die nicht jüdisch sind, erklären wollen, was Antisemitismus ist oder was Antisemitismus nicht ist. Das kennen schwarze Leute auch, denen man dauernd erklärt, was Rassismus nicht ist und was Rassismus ist. Und dass sie ihre Wahrnehmungen nicht wirklich ernst nehmen können. Das geht mir auch so. Und es geht den meisten Juden so. Und ich möchte einfach, dass das aufhört. Hört auf, uns zu erklären, was Antisemitismus ist oder nicht ist.